Wie eben. Wie du es eben gemacht hast. Nein, so. Du könntest natürlich versuchen, dir hinter die Bücherregale zu locken. Hinten die Bücher? Ja, und dir dann zu bei Gewalt eigentlich meine Nieder zu schlagen. Ich hau dich. Das lief schlechter als beim letzten Mal. Nein, du hast den Arm. Du hast den Arm. Nein, nein. Siehst du, wie ein... Batman. Wie ein Batman. Nein. Wieso? Du kannst ihn besser platzieren, wenn du ihn aufnimmst und dann... Was? 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 Hm? Sag dir. Ich geh nach oben. Okay. Tja, und jetzt? Mini-Kit. Oh. Ah, wunderbar. Oh shit! Und deswegen Rian, sprechern wir. Ich hab doch gerade eben gespeichert vorhin, als ich... Oh god! Wo war die Rolle? Tut mir leid. Manchmal ist eine Rolle einfach nicht inklusive. Also, diesmal... Von dem anderen nicht so viel Battle, weißt du? Scheiße! Schon wieder! Ich will doch nur skippen. Ist das Spiel jetzt ganz weg? Ne. Das hast du gemacht. Ja. Da. Sind wir noch auf Sendung? Ja! Haha! Wir sind noch da. Wer macht denn schon die eine Funktion-Kombination an? Ich kenne keinen Menschen in der Distro. Ich war ganz langsam! Warum? Okay. Sind wir noch da? Ja. Ha! Wir sind noch da. Ich kann noch auf. Ne, nichts. Was machst du da eigentlich? Ich dachte, hier kommt vielleicht gleich Feinder. Nein. Ja, dann... Drüben ist die Kamera nicht. Das ist vielleicht rein. Dann hast du diese unglaublich tolle Anzeige, mit der du... Oh nein. So hoch. Hm. Aber diese Kameras sind offensichtlich flaschenfest. Genauso wie Sam. Ich weiß nicht, hat jemand eine Flaschenreihe gebrochen? Nein, ich meine, er ist flaschenfest wie ein Trinkfest. Ach so. Oh. 100. So. Ich hab genug von dieser Scheiß-Kamera. Er steht da immer noch ganz oben ab. Trägt er ein Korsett? Sam Fisher trägt eigentlich ein Korsett. Wusstest du das noch nicht? Hm. Ah. Schön. Natürlich, das ist Mode. Natürlich. Neueste Geheimagenten-Mode. Spy and you. Pfff. Ein Asche auf dieses riesige Adolf-Nicolasze-Foto. Vielleicht möchtest du noch einmal hacken? Nicht unbedingt. Wir haben noch eine Grundausbildung, mit der jemand verschlossene Tür darf nicht drehen. Ah, ich weiß. Oh Gott, ein Dollar! So verstehst man die Tür. Das haben wir ein Stück lang dann 5 gesehen. Ich würde sagen, es ist ein Balkon. Welcher? Ja, doch. Sieht Balkonig aus. Ja, okay. Ich glaub auf der Xbox war das Spiel irgendwie spannender. Wieso? Ah, da musste man, glaube ich, mit dem Analog-Stick die Vibration irgendwie... Das kann sein. Aber auch mit einem Stick mehr Möglichkeiten. Ja, klar. Weil du eben nicht so... Warum vibriert meine Maus nicht? Auch so musst du deine Waffe auch vorher stellen. Natürlich. Uhuh. Uhuh. Ein Vorstand für dich. Wenn du einen hören möchtest. Ja. Geh nochmal nach rechts. Okay. Weil du kannst die Leute nicht ganz wunderbar hier hinlaufen, indem du einfach was hinwürgst. Und... Was ist überkompliziert? Nein. Vielleicht bist du... Genau richtig. Jetzt kommen zwei Köche und ein bewaffneter Soldatenreden. Mhm. Genau. Das kann eigentlich Zivilist nicht töten. Wieso Zivilist? Das ist ein Koch. Was war jetzt dein Vorschlag? Eine Flasche zu nehmen, die da liegt. Ja. Und sie in Richtung des Kühlraums zu werden. Ich verstehe. Was? Das ist nicht der Kühlraum. Oh! Oh, oh! Das ist ja noch der zweite. Oh, richtig. Also Kühlraum. Links... Links eins. Jaja. Wusch. Oh. Oh. Ich glaub, ich geh mal lieber hier hin. Nein, der macht nichts. Hast du... Oh, jetzt kommt jemand rein, schadet das Licht an. Oh shit. Wie angekündigt. Man sieht ihn auch nicht. Nein. Nein. Ich sitz mal in der Ecke und guck mir die Wand an. Ich bin unsichtbar. Oh nein, ein Stuhl hält mich gefangen. Wie gut, dass wir um die Ecken sehen können. Der Gegner nicht. Ja. Das ist die einzige Superkraft, die solche Leute haben. Ich überlege, gibt es auch welche Schleichspieler, die in der Ego-Perspektive spielen? Tief. 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 Und Dishonored gibt's auch. Und... Ja, Deus Ex kann man auch dazu zählen. Deus. Welchen? Achso. Den zweiten auch. Den dritten auch. Ja, ich merk's gerade. Tief. 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 Die Wände passen nicht zusammen. Das ist eine edle Reflektionswand, die man sich nur selten leisten kann, deswegen sie noch nicht vollständig in diesem Palast, Palazzo eingepflegt wurde. Wir sind fertig! Ja, okay. Palazzo... Klingt besser. Ja, kocht tut mir hin, deramo! Tief. 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 statuesi. Tief. Geh. Weißt du, dass du es selbst benutzen kannst, wenn du die Kugel jetzt aufpasst. Was? Ja, mach mal. So, okay, jetzt haben sie Sam's Fischer Retina. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir wissen nicht, wer der Geheimagent war, aber er hat nur seinen Retina-Scanner benutzt. Wir kennen seine Retina. Diese gottverdammten kugelsicheren Lichter. Jetzt hast du wieder... Ja, genau, da kommst du nicht längst. Ich weiß einfach, bis er runterkommt und dann mach ich ihn do. Oh, auf der R-Taste tatsächlich. Die eine Taste, die mal... Jeder legt Nachladen auf R. Ja, jeder legt auch benutzen auf E. Nein. Doch. E ist immer springen. Deine Mulla ist immer springen. E wie... Eject. Piu! Es ist aber vertig akkert. Er muss doch erst seine Sitzensekenselte machen. Oh Gott! Ich muss mich noch kurz aus... Was? Das Ganze knickt. Ich weiß. Warum ich auch schieße? Ich bin ja her. Ich weiß nicht, das passiert immer, wenn ich auch heute stehe. Oh Gott! Rian, du solltest nicht in den Krieg ziehen. Oder gerade. Kann ich denn nicht von unten irgendwie reinschießen? Nein. So weit war man damals noch. Hä? Alle Pfadfinder haben Knarren. Das ist auch das Vormilitär, oder nicht? Ja... Sicher. Was siehst du? Nein. Nein. Doch, ich will das machen. Nein. Doch, doch. Was? Was? Nein. Wow! 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 What the... Oh mein Gott! Wie lange hast du gebraucht, um das herauszufinden? Dieses krasse Easter Egg. Wahnsinn. Okay, los geht's. Die sind aus der Strohhüte. Siehst du diese Bänke? Die sind aus der Strohhüte. Das ist ein riesiges Sombreros. Okay. Sieht auch ein bisschen suspekt aus, oder? Das Auge? Nee, insgesamt diese Position. Die sind aus der Struktur. Naja, egal. Achso. Es sind nur zwei Männer, die hintereinander stehen. Eine an der Wand, und ich weiß nicht, was daran seltsam ist. Lege ich zwei Männer aufeinander? Das ist auch nichts. Sexshow. Natürlich krass. Natürlich krass. Das ist völlig genau. Hui! Was denn? Metal Gear Solid. Metall... Kupplung... Solide. Wenn du, was Gringo and Matt sagen bis zum nächsten Mal.